Hallo und herzlich willkommen zurück zu Total War Warhammer 2 in der Pre-Release-Version von The Warden and the Paunch oder vom Wächter und dem Fettsack, also uns in dem Fall, beziehungsweise hier, groben dem Fettsack, dem Ork hier. Wir haben im letzten Part die ersten beiden Schlachten geschlagen, haben hier Kennell erobert, wie auch immer. Genau, sind hier immer noch mit Paravon im Krieg, hoffen, dass wir das da irgendwie hinbekommen und diese Provinz auch noch erobern und dann können wir uns mal überlegen, wo wir als nächstes angreifen wollen oder wo Plünderungen möglich sind oder wie auch immer oder eben auch Eroberungen. Mal schauen, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass wir bald von mehreren Leuten angegriffen werden, ehrlicherweise. Genau, wir wollten in dem Part dann auch mal gleich gucken, wie wir unsere Armee jetzt hier weiter sinnvoll ausbauen können und das Spiel irgendwie erst nach dem zweiten Part gekommen. Ich muss erst mal gucken, vielleicht kommen auch die nächsten Tage, also zumindest vielleicht am ersten Tag, vielleicht kamen da schon die ersten beiden Videos, vielleicht kommen irgendwie auch dazwischen mal zwei Videos am Tag von diesem Let's Play. Okay, das muss ich mal noch schauen, wie ich das mache, ehrlicherweise, das weiß ich noch nicht. Das war eher gerade auch so ein bisschen spontan, dass ich gesagt habe, komm, das nehme ich jetzt hier mal eine Runde auf, spiel das eine Runde für dieses Preview, Let's Play, wie auch immer. Genau, deshalb passt das schon. Ich schaue jetzt hier mal, ich würde sagen, wir nehmen mal nochmal eine Einheit Goblin-Bogenschützen und zwei Einheiten Goblins rein. Genau, was hat denn der eigentlich hier drinnen? Paravon, zwei, vier, sechs, sieben, acht, neun, zehn Einheiten. Also das ist natürlich dann auch eine Stadtschlacht, das wird ein bisschen anstrengender. Vor allem kann es auch noch sein, dass er weitere Truppen da noch drin hat, da müssen wir mal schauen. Ups, falsche Taste. So, dann können wir hier in Stufe 3 aufsteigen und ich habe ja schon mal gesagt, herr wobei, also hier mit Aura-Führerschaft und so, da könnte man den schon auch relativ weit so in Richtung so einem guten General bringen. Er hat eben seine Leute verbessert. So ein bisschen die Sache. Aura-Führerschaft plus 75 Prozent. Das ist halt echt krass. Plus neun Führerschaft für Goblin-Einheiten. Gut, ich meine, das sind ja auch zum Teil so Kampagnen-Effekte, zum Teil sind es einfach auch persönliche Effekte für ihn. Also muss das jetzt nicht unbedingt sein. Ich würde sagen, wir sagen einmal, ich bin echt am überlegen, ob ich ihm hier Brüller geben soll, erst mal. Ich finde das eigentlich ganz cool. Bisschen mehr Motivation für seine Leute in der Nähe. Und Führerschaftseffekt hier unten wäre vielleicht auch nicht so schlecht. Schlagen wahrscheinlich die ersten von euch schon sich die Hand über den Kopf bei meinen Plänen hier und sagen, oh, der Junge, der verskillt sich ja komplett. Aber wenn ich mir das so ein bisschen durchgucke, ich meine, das sind halt irgendwelche Boni, die halt für die gesamte Armee gelten. Ja, für bestimmte Einheitentypen, das da für ihn selber wiederum. Und hier irgendwie auch hier selbst wirkt sich auf andere aus und so, aber gut, in Reichweite aus. Ich meine, es ist halt nachher nur die Frage, also ob man das deswegen hier irgendwie durchmachen muss. Ja, oder ob wir ihn wirklich so in diese Richtung bringen. Ich weiß es noch gar nicht. Vielleicht gucke ich da erstmal. Deswegen mal jetzt hier erstmal dieses, einmal diese Führerschaftssache. Ich glaube, die schadet nicht. Und bei der guten hier möchte ich gerne vielleicht nochmal einen weiteren Sauber mir raussuchen. Weniger Führerschaft, weniger Rüstung, weniger Waffengrundschaden, mehr Führerschaft für unsere oder Nachladerate verbessern. Also Zauber-Nachladerate. Ich finde ehrlicherweise, dass wir dem Gegner Rüstung abziehen und Waffengrundschaden abziehen. Ich finde das eigentlich ganz cool. Ja, ich glaube, ich mache das hier mal. So. Und dann können wir auch jetzt mal zum ersten Mal eine Runde beenden. Das haben wir nämlich noch gar nicht gemacht bisher. Genau. Und schauen da mal, was die Runde so bringt. Wir können mal noch ganz kurz in die Diplomatieübersicht gehen. Da gibt es aber nicht wirklich viel zu sehen, weil uns alle hassen. Außer Sartosa, die Piraten von Sartosa und Aranessa Saltspite hier unten. Aber alle anderen hassen uns, sowohl die Waldelfen als auch die Hochelfen als auch die Bretonen. So. Ja. Bleibt uns relativ wenig übrig. Die Runde läuft also jetzt mal durch. Und hoffen, dass wir die Runde überleben ohne 10 Kriegserklärungen. Na, da kommt auf jeden Fall schon mal eine Agentin von Carcassonne. Die ist hoffentlich verkackt. Wissen wir noch nicht, ob sie es verkackt hat. Sehen wir dann gleich. Und? Hat es funktioniert oder was? Keine Ahnung. Verfügt zu Beginn eures Zuges über mindestens 50 Schrott Schwarzzahn. In der Vergangenheit ruhte sich Chrom auf seinen Lorbeeren aus. Und vor allem, wenn die Kriegsbeute und die sich daraus ergebenden Siegesbankette besonders üppig war. Ohne die unheilvolle Ermutigung seines machtbesessenen Schamanen Schwarzzahn wurden, würden Chroms Bestrebungen nicht unbedingt Taten folgen. Und er hätte seinen korpulenten Hintern von vornherein nicht in Bewegung gesetzt, um die erste Invasion des Schattenachsstamms auf Thor Jifres anzuführen. Dieser spitzköpfige Gitt Eltarion hat Schwarzzahns Kopf zwar dummerweise abgehackt, doch zuvor konnte er noch große Mengen an Energie von zerstörten Wegsteinen aufnehmen. So viel Macht, dass es nun ziemlich schwer ist, ihn zu töten, selbst nachdem sein Kopf seinen Körper einbüßte. Nice, okay. Als Chroms aufgab, seine vor Thor Jifres fliehenden Truppen zu versammeln, entdeckte er auf dem Boden den Kopf seines Schamanen, der ihm wütende Beleidigungen zurief. Also steckte er ihn in ein Glas, bevor er selbst floh. Seit diesem Tag gibt Schwarzzahns Kopf meist nur unverständlichen Unsinn von sich. Das Fehlen des eigenen Körpers kann einem Ork zusetzen. Seit kurzem sagt er allerdings Sachen, die Chroms Aufmerksamkeit erregen. Er behauptet zu wissen, wie man den Waag wieder befeuern kann. Als erstes schlug er Chrom aber vor, ein Festmahl abzuhalten, um die Jungs zu motivieren. Da er nie ein Bankett ausschlägt, befiehlt Chrom, ihn Holz zu sammeln und das Kessefeuer anzufachen und zwar sofort. Schwarzzahns Kopf im Glas bekommen wir. Es wird eine zufällige Zutat freigeschalten. Sehr schön. Und er erhält eines der folgenden Trophäe Waag Ausruf. So, wir sollen es machen. Chroms Bannerträger Niblit ist durch den Wind. Sein einst lebhaftes Banner schwingen ist mittlerweile erschöpft und lustlos. Davon lassen sich die Jungs nicht mehr inspirieren. Wenn es hier um irgendeinen anderen Goblin ginge, würde Chrom ihn mit seinem eigenen Leib zerquetschen. Allerdings hat Niblit genau diese Strafe schon einmal überlegt und sich damit Chroms Kunst verdient. Gut, stattdessen beschließt Chrom einen Weg zu finden, um Niblits Enthusiasmus neu zu entfachen und eine Sache hebt ganz sicher den Elan einer jeden Grünhaut ein Waag. Gut, sehr schön. Würden wir wieder einen Gegenstand kriegen? Aber wir haben jetzt gerade eben schon einen Gegenstand erhalten, oder? Ne, doch nicht. Hä? Ich habe gedacht, wir hätten einen Gegenstand erhalten. Keine Ahnung. Oder nur für sie vielleicht? Ne. Ähm. So, ne. Das haben wir noch gar nicht. Freigeschalten. Ach, das werden wir wahrscheinlich dann... Wir haben jetzt die Aufgabe gekriegt und freigeschalten wird es wahrscheinlich nächste Runde. Ansonsten, ich würde mal gerne wissen, die Kapitelziele. Was haben wir da eigentlich? So diese vier Siedlungen und so weiter. 2000 Feinde töten, Schamane rekrutieren, zwei Siedlungen plündern oder niederreißen, zwei Technologien erforschen und 100 Schrott am Anfang einer Runde. Chroms Kessel hat sich auch noch nichts getan, logischerweise. Ja, das sind doch eigentlich alles ganz ordentlich lösbare Aufgaben, würde ich sagen. Und ich würde jetzt gerne mal hier meine Hexe mal aussenden. Oder vorher schon mal gucken. Ja, so ein bisschen ändert sich die Verstärkungsrate von der Armee schon oder von uns. Jetzt müssen wir mal gucken. Ähm, Paravon, das wäre hier drinnen. Ich schätze, eben die Frage, ob wir einfach nochmal ein bisschen was rekrutieren und so schnell wie möglich angreifen. Hier diese Regimenter kann man natürlich noch nicht rekrutieren. Na, ist ja eben so ein bisschen die Sache, die wird hier ja auch neue Truppen rekrutieren. Aber dennoch eben die Frage, ob wir es vielleicht hinkriegen. Wenn wir bis hierhin hinziehen. Dann können wir auf jeden Fall noch hier dieses, äh, achso, Plünderlager. Wartet mal, Plünderlager braucht man, oder? Um, ah ne, lokal rekrutieren. Das können wir ja dann in dem Gebiet von denen gar nicht mehr. Ach, das kann man einfach bei uns auch machen. Ähm, ja, dann machen wir das doch mal. Rekrutieren nochmal dreimal Goblins. Wir hätten natürlich vielleicht auch irgendwelche anderen Einheiten rekrutieren können, aber ist nicht so wild. Äh, ich gucke gerade hier. Stand übrigens nichts irgendwie wegen dieser Agentin hier. Naja, also. Genau, fetter than anyone. Okay, nice. Ähm, gut. Dann beende ich auch nochmal diese Runde. Ja, wir plündern jetzt anscheinend im eigenen Gebiet, was ja nicht so ganz stimmt. Ach doch. Das ist ja kacke. Aber wir kriegen nicht mehr Geld rausgeplündert, aber haben jetzt den Malus. Naja, dafür haben wir hier, ich habe ein bisschen mehr, hier, ähm, Verstärkungsrate gehabt. Egal. Äh, in der Verborgenheit ruht es sich krumm auf seinen, achso, das kennen wir schon. Äh, wir haben es auf jeden Fall geschafft. Schwarzzahns Kopf im Glas haben wir bekommen als Fähigkeit. Schwarzzahns Herbeirufung beschwert ein Rogue Idol. Okay, wunderbar. Eure Exzellenz, ihr habt eine neue Zutat entdeckt. Macht euch ihre wohltuenden Eigenschaften zunutze, indem ihr sie in den Kessel werft. Oder kombiniert sie mit anderen Zutaten für noch mächtigere Rezepte. Genau. Verwendet Chroms Kessel, um ein Rezept zuzubereiten. Chroms Gehilfen konnten genug Holzreste sammeln, um den Nebelberg anzuzünden. Während der Kessel vor sich hin plubberte, huschte Nibblit, der das Bankett kaum erwarten konnte, davon und kam mit einer großen Menge eines seltsamen Nahrungsmittels unergründlicher Herkunft zurück. Schwarzzahns Kopf versicherte allen, dass er tatsächlich essbar war. Eine neue Zutat. Was haben wir denn? Gucken wir mal. Ja, dieses Artefakt kennen wir auch. Wir haben freigeschalten. Grüne Sporen. Wie ist denn das jetzt hier? Also diese Rezepte müssen wir selber freischalten, offensichtlich. Okay, das heißt wir müssen wahrscheinlich hier selber versuchen zu kombinieren. Bringt 5 Ruf ein. Wachstum 10. In Reihen Würstchen an Pilzen. Lecker. Würstchen und Feindesbrei. Nur Chrom. Angriffsponsum plus 25. Ja, wollen wir das mal probieren? Ich würde sagen, wir probieren das mal. Yum. Get in Chroms Gut. Ihr habt erfolgreich euer erstes Rezept zubereitet. Die wohltuende Wirkung dieser Kombination aus Zutaten klingt ab, sobald der Kessel leer ist. Aber ihr könnt jederzeit ein neues Rezept zubereiten. Okay, um die derzeitigen Effekte zu ändern. Oder zu ändern einfach. So, haben wir das auch geschafft. Sehr schön. Sollten damit dann auch hier unten das mit dem 100 Schrott haben. Die Technologien, da sind wir dabei. Das andere irgendwie auch. So, das heißt, eigentlich müssten wir doch jetzt einen Bonus am Laufen haben, oder? Ja, sehr schön. Würstchen und Feindesbrei. 25 Angriffsbonus. 5 Ruf. Passive Fähigkeit. Regeneration für Infanterie. Und Goblins. Der Goblins und Nachtgoblins. Und Wachstum plus 10%. Das ist doch mal ganz nice, wie ich finde. Jetzt muss ich nur aus diesem Lager hier raus. So. Und dann müssten wir uns überlegen, ob wir diese Belagerung hier schaffen. Boah, der hat jetzt da noch weißere Einheiten drin. Das ist halt manchmal so ein bisschen das Problem. Er hat jetzt hier auch Truppen rekrutiert. Plus eben die Soldaten hier in der Stadt und so. Das ist halt eben die Frage, ob wir das hinbekommen. Das ist immer auch so ein bisschen die Schwierigkeit in allen Kampagnen spielen. Jetzt nicht nur hier, finde ich. Das dann auf die Reihe zu kriegen. Aber wir werden es mal probieren. Zumindest werde ich mal belagern. Und wir werden natürlich auch noch hier. Ja, ihr seht, das sieht nicht so gut aus. Ja, und dann werden wir auf jeden Fall hier noch Truppen auffüllen machen. Also die Fähigkeit, damit die Hexe auch noch mit reinkommt. Da sieht es schon ein bisschen besser aus. Und dann würde ich sagen, machen wir mal Belagerungstürme. Bauen wir auf jeden Fall mal zwei Stück. Vielleicht auch so ein Rambog. Wie lange hält man eigentlich das Ganze hier durch? Acht, vierzehnten Runden, glaube ich, habe ich gerade gelesen. Ich finde diese Belagerungszeit noch manchmal ein bisschen heftig. Also geht mir manchmal ein bisschen zu lang, ehrlicherweise. Vor allem gerade so am Anfang, dass es da schon so recht lange geht, ist ein bisschen schade manchmal. Ja, jetzt irgendwie, das ist ja immer so ein bisschen das Blöde in neueren TVs, muss ich sagen. Dass wir jetzt nicht einfach irgendwie Truppen nachziehen können. So seit Rom ist das eigentlich so, seit Rom 2. Dass wir jetzt nicht einfach hier irgendwie Truppen rekrutieren und nachschicken können. Das würde natürlich einiges vereinfachen. Naja. Schauen wir mal. Weil jetzt eine weitere Armee aufbauen würde ja dafür sorgen. Oder es sorgt halt eben für das Problem, dass wir dann, meines Wissens nach, keine, also das kostet halt eben nochmal extra Geld quasi. Und dann können wir uns vielleicht halt zwei Einheiten leisten oder so. Technologie erforscht, größer, haben wir erforscht. Sehr schön. Schrottverbesserung, freigeschalten für Ork-Boys, Spicker-Schützen der Orks und Ork-Moschatz. Goblin-Einheiten. Die Goblin-Einheiten zu verbessern, wäre jetzt vielleicht für diese Schlacht nicht so schlecht. Ja, ein bisschen mehr Führerscheif, ein bisschen mehr Nahkampf, ein bisschen mehr Geschossstärke. Hört sich gut an, das machen wir mal. So und hier können wir tatsächlich unsere Hauptstadt schon ein bisschen aufbauen. Ausbauen Lagerstätte der Grün heute, statt Versteck der Grün heute. Ich denke auch das werden wir mal machen. Das brauchen wir auf jeden Fall, um auch hier bessere Einheiten rekrutieren zu können. Und nochmal einen Gebäudeslot freizuschalten. So, dann würde ich sagen, werde ich echt nochmal zwei Runden abwarten, bevor wir hier angreifen. Ja, einfach um diese eine Sache hier freizuschalten. Die könnte auf jeden Fall helfen, würde ich sagen. Oh, wir haben hier in Paragon auch einen Bevölkerungsüberschuss, das ist sehr schön. So, oh, da sind die Zwerge, was machen die jetzt? Nur Scheiße, gut. Wir schleunigen das Ganze mal. Die haben aber auch schon richtig viele Truppen, hey, puh. Okay, Hexenhändlerin entdeckt. Der Geruch von Kroms unablässigen Banketten lockt eine Trollhexe an, die in der Nähe gesichtet wurde. Solch einer gefährlichen Kreatur sollte man sich nur mit größter Vorsicht nähern. Doch ihr Sack voller Toddinge enthält mit Sicherheit einige Köstlichkeiten, die sie in Kroms Kessel werfen lassen. Ihr könntet sie auch einfach ausrauben. Wo ist denn die gute Dame? Ah, da unten. Da müssen wir also hinlaufen. Aber das machen wir natürlich erst nach unserer Eroberung hier. Ganz klar, kommen wir jetzt in der Runde eh nicht hin. Und dann schauen wir mal hier, was wir machen können. Wir können hier die Stadt auch einmal ausbauen. Ich würde auch vorschlagen, dass wir das machen. Ja, schadet nicht. Dann beenden wir nochmal eine Runde. Ich habe ja ein bisschen Angst vor dieser Schlacht hier, ehrlicherweise. Bin ich mal gespannt, wie das wird. So, Gobbigi Gobos haben wir jetzt freigeschalten. Das ist sehr gut für uns. Jetzt möchte ich mir mal so ein bisschen, ja, ist so ein bisschen die Frage, gell, auf was geht man eigentlich so als erstes? Auf welche Dinge? Was wollen wir denn eigentlich bauen so? Also was will ich vielleicht als nächstes mal so haben? Also ich bin ja schon der Meinung, ja, also wir können jetzt bald diese Stufe 2 Gebäude bauen. Also wir werden definitiv hier das Musterungsfeld auf upgraden, meine ich. Und dann ist eben so ein bisschen die Frage, wir haben hier dann ein bisschen die Wahl aus Wolfsbau für Reiterei, für Wolfsreiter, Bogenschützenreiter, sowie auch Nahkampfreiter. Wir können Trolle rekrutieren. Oder wir könnten hier Kurbelwagen der Snodlinge rekrutieren, also die, die wir jetzt schon bauen können. Das andere gibt jetzt keine Truppen. Ich weiß gar nicht, ob ein oder ich glaube zwei Plätze werden freigeschalten. Also wir könnten zwei Dinge da machen. Wir können natürlich auch hier ein bisschen für Einkommen sorgen. Genau, also das können wir auf jeden Fall dann angehen. Die Frage ist natürlich, was machen wir da? Ich werde auf jeden Fall, denke ich, hier den Wolfsbau bauen, dieses Ding ausbauen. Dann ist so ein bisschen die Frage, wollen wir hier Trolle auch noch? Oder diese Tüftler, diese Goblin-Werkzeugkiste? Oder, was haben wir hier, Goblin-Gargboss könnten wir auch uns holen hier drüben? Oder halt eben dieses Geldgebäude, das ist so ein bisschen die Frage, da bin ich mir ehrlich gesagt noch nicht ganz so sicher. Ja, auf jeden Fall bin ich ja eigentlich ein großer Freund von Kavallerie. Auch wenn es ja unter meinem Kommando häufig relativ zügig stirbt, aber trotzdem. Gebaut habe ich übrigens noch nicht alles, gell? Wir müssen da eh nochmal weiter belagern, glaube ich. Ich finde das ein bisschen schade, ehrlich. Naja, und hier, wie sieht es hier aus? Also, das sind eher so Kampagnen-Effekte, wobei hier sind dann auch wieder Wolfsreiter, das ist alles ein bisschen durcheinander, Spinnenreiter. Wie ekelhaft. Ja. Vielleicht für eine Runde hier plus 5% für Geschossschaden für Goblins und sieben Rüstung für die. Finde ich nicht so schlecht, machen wir das mal. Ich denke einfach so ein bisschen kurzfristig daran, was können wir hier bei der Belagung eben brauchen. Und das sind eben alles Dinge, die wir dort brauchen können. So. Ja, zu der guten Frau will ich eigentlich auch noch gehen, da unten, zu der Holdenbeid. Aber jetzt noch nicht. Wir müssen jetzt erstmal hier diese Schlacht schlagen und diese Festung erobern. So. Wir haben auch das hier freigeschalten, das ist sehr gut. Und dann würde ich mal sagen... Also, wir könnten halt hier jetzt gleich nochmal in eine Runde die nächste coole Verbesserung holen. Das ist halt die Frage, wollen wir das? Gibt halt auch nochmal Nahkampfangriff, Geschwindigkeit, Angriffsbonus hier verbessern und so. Was wäre denn nächste Runde irgendein Belagerungsgerät von uns fertig gebaut? Hallo? Ja, der Rambok wäre fertig. Ich glaube, das werde ich noch abwarten. Und dann werde ich hier diese Forschung noch installieren. Haben wir dafür unsere Goblins schon mal einiges getan. Ich weiß, die sind jetzt nicht unbedingt die besten, aber dennoch. Dann haben wir jetzt ein bisschen Geldprobleme, ehrlicherweise. Was machen wir da? Ich glaube, ich entscheide mich jetzt mal für diese Stapel Glitzerkram hier. Und für den Wolfsbau. Weil Trolle haben wir aktuell, wenn die uns nicht abkratzen, noch zwei Einheiten. Wir haben eine Einheit von den Streitwagen. Da bin ich eigentlich mal ganz ordentlich zufrieden. Und dann können wir uns damit eben ein bisschen verbessern, indem wir noch ein bisschen was an Covalering schaffen. Und dann natürlich zügig hier auch dieses Ding hier ausbauen, beziehungsweise auch das hier. Hätte ich auch ganz gerne recht schnell ausgebaut. Einfach damit diese Stadt hier auch noch ein bisschen schneller wächst. Ich hoffe, dass uns das hier auch wirklich ein bisschen was bringt an Geld. Und hier drüben, gut, das ist jetzt die Frage, brauchen wir jetzt das hier? Was wollen wir denn hier eigentlich bauen als nächstes? Auch Stufe 2. Wir können natürlich hier auf die Trollhöhle gehen dann. Oder auch hier auf Geld ein bisschen. Vielleicht ist das gar nicht so schlecht. Was haben wir hier denn? Ein Bestienversteck. Minus 3% Unterhalt für Wildschwein, Wolf und Spinnenreitereinheiten. Reitereinheiten, Rekrutierungskosten für Wildschwein, Wolf und Spinnenreitereinheiten in dieser Region oder überall? Ja, aber das ist auf jeden Fall eine Sache, woran wir denken müssen, dass es hier vielleicht sich auch lohnen würde, das dann irgendwann mal zu bauen. Wenn es nicht fraktionsweit ist, mal gucken. Genau, deswegen, naja, gut. Mal schauen, ob wir diese Schlacht hier gewinnen. Sonst wäre es auf jeden Fall schon mal stressig. Im nächsten Part kriege erklärt Torgowan gegen Carcassonne. Torgowan sind die hier, oder? Ja. Quetz, die haben wir auch freigeschalten. Jetzt will ich hier noch die nächste Technologie auswürdig vorschlagen. Vielleicht irgendwas mit... Ja, von mir ist mal die Bewegungsreichweite hier. Die, wie gesagt, bin ich ja ein Fan von. Machen wir das mal. Und dann würde ich vorschlagen, machen wir hier an der Stelle mal einen kleinen Cut. Und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Schaut auch einfach gerne in den Uploadplan mal rein. Den findet ihr in jedem Video verlinkt. Und dann werden wir hier im nächsten Part diese Schlacht schlagen. Ich bin mal gespannt und dann mal gucken, was diese Lebensmittelhändlerin hier so für uns bereithält. Das hat auf jeden Fall schon mal ein bisschen was an Geld gebracht, das Ganze hier. Dann gehe ich doch hier mal noch auf den Totempfahl gleich. Genau. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, Leute.